Hallo, ich bin Johanna von Supercoop Berlin und wir möchten im Wedding einen kooperativen Supermarkt gründen. Das ist ein Supermarkt, bei dem alle, die dort einkaufen gehen, auch Miteigentümer und MiteigentümerInnen sind und dadurch auch die volle Transparenz haben, wie die Preise entstehen, wo die Produkte herkommen, wohin das Geld fließt, wenn man dort einkaufen geht und auch mitgestalten können. Das bedeutet, alle vier Wochen arbeitet jedes Mitglied drei Stunden in dem Supermarkt mit bei ganz unterschiedlichen Aufgaben und durch diesen Aspekt der Kooperation möchten wir faire, nachhaltige Lebensmittel für mehr Menschen erschwinglich machen und so eben eine nachhaltige Ernährung fördern, aber auch durch das gemeinsame Arbeiten den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Nachbarschaft stärken und einfach zeigen, dass wir auch fair und kooperativ zusammen wirtschaften können. Und deshalb möchten wir uns auf der 14. Börse gerne vorstellen, vor allem aber auch unsere zehn verschiedenen Arbeitsgruppen vorstellen, euch zeigen, wie ihr auch aktiv werden könnt, wie ihr mitmachen könnt, um unser Ernährungssystem ein Stück besser gemeinsam zu gestalten und auch solidarischer und transparenter zu gestalten. Und ich glaube, das spielt auch schon ein bisschen mit rein, warum wir denken, dass Zivilgesellschaft gestalten wir so ein wichtiges Motto ist, weil wir eben glauben, dass wir alleine oft das Gefühl haben, dass wir keinen Unterschied machen können in diesem großen System und in komplexen Strukturen, aber gemeinsam können wir einen Unterschied machen und Dinge besser und enkeltauglicher gestalten. Und dazu möchten wir euch ganz herzlich einladen, mitzumachen und freuen uns, euch kennenzulernen. Zivilgesellschaft